So, willkommen bei einer neuen Folge Neverwinter. Wir machen hier gefasht. Jetzt müssen wir mal hier auf unsere Kollegen warten. Mal gucken, wo die sind. Die sind alle da hinten. Ich hoffe mal, die haben ein kleines bisschen Ahnung von dem Spiel, damit wir hier eine total ablosen. So, zu dritt, zu viert. Ah, zu viert können wir los. Ah, also. Ein Heiler ist auch dabei. Und Längen tut's. Längen, Längen, Längen tut's. Na, kommt, Leute. Hopp, hopp. Auf geht's. Wo sind sie? Meine Fresse nochmal. Brauchen die eine Einladung? What? This is. Ja, die halten etwas mehr aus. Das ist aber die da stehen immer noch weiter da oben, das ist natürlich supertoll, da haben wir mit Sicherheit keine Chance mit so ein paar Vollflöten, die total einen an der Klatsche haben. Oh, sie haben sich bequemt, wow, ist ja der helle Wahnsinn. Da macht man ja auch direkt dreimal so viel Schaden, wenn sich mal einer bequemt hier. Okay. 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 Let's go. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Sehr, sehr gut. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, oh, oh. Oh, das war's. 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 Oh. ok da bei dem roten bereich von denen da definitiv ausweichen was ist denn hier ist doch der ausgang aber das ist nicht so schlimm da können wir endlich mal wieder so ein heilpäckchen verfuttern ja dann krabbeln wir mal wieder da hinten rüber sehr weit sind wir ja noch nicht gekommen blöder sumpf aber direkt schon wieder reingekommen hier so jetzt oh heilung schauen wir mal auf der map da gehen wir einfach mal da lang ja 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 Eine Kiste in Ehren kann niemand verwehren. Warten wir mal da drauf, dass der Tank da losgelegt hat. Oh, die ziehen aber jetzt wirklich tierisch ab. Okay. 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 Wo ist die Gruppe? Da können wir eher als Gruppe besiegen denn da. So. Wop. Ah. Die Dinger da hast du schon. Ach, das ist ein Endgegner. Drauf mit dem, knüppel die nieder. Die halten ja aus, meine Fresse, noch eins. Oh, so. Oh, was haben wir jetzt? Da hinten. Oh, ein paar alte Hexen. Hm. Hm, ja. Sieht voll cool aus, ne, der da. Ah, ich wollte doch mein Ding uns machen. Ja. Ja komm, lad meine Passive auf, wunderbar. Hey. Gucken wir mal, meistens Schaden ausgeteilt, Mitte. Ähm. Schaden erlitten. Zweiter Platz. Meisten am Boden. Oh, das ist am Boden gewesen. Meistens tippiger Heil. Oh, war schon im zweiten Platz. Ist mal. Feinde besiegt. Da bin ich schon im ersten. Na ja. Wenigstens etwas. Na ja. Wie weit bin ich denn? Oh, war knapp. Knapp, knapp gewesen. Na ja. Wunderbar. Einmal die Endkiste. Warte mal. Oh, das ist ein Rohrstrahldiamant. Na ja. Jetzt nicht so, aber. Ah, gefechtete Zeit ist. Deswegen sind wir hier reingekommen. Inventory. Ach. Schließen. Inventory. Gucken wir mal. Was haben wir denn jetzt hier gekriegt? Ähm. Stufe 36. Das kommt da unten hin. Das kann auch verkauft werden. Ähm. Gut. Das kann auch alles verkauft werden. Wir haben aber wieder ein bisschen Platz da oben. Damit wir auch immer wissen, was für Zeug wir sammeln und was für Zeug dringend ist. Mal gucken, wo wir landen. Ob wir genau da landen, wo wir waren. Oder ob wir am Anfang von dem Dungeon landen. Das ist jetzt die Frage. Aha. Gucken wir mal auf der Map. Wo sind wir denn hier? Was ist das denn? Ach du Gott, das ist das nächste Gebiet. Das war jetzt die Quest für das nächste Gebiet gewesen. Wir sind jetzt in Ebon Dorns. Wir waren normalerweise in Helmsholt. Ah ja. Dann ist das schon. Kein Wunder, dass die Staffarecke schon für das nächste Gebiet ist. Auch gewundert. War eine ganz andere gewesen, die ich schon in Erinnerung hatte hier für das Gebiet. Wo ist hier der Händler? Ich muss ein paar Sachen verkaufen. Wunder. Klack, klack, klack. Hopp, hopp, hopp. Wunderbar. Gucken wir mal nach den Berufen. Wann sind die fertig? Zwei Stunden. Dann O und Gruppe. Meine Gruppe. Aus Gruppe. Austreten. Gruppe. Verlassen. So. Einmal beten. Und wo muss ich jetzt hin? Ja, hier hoch. Ja, das ist jetzt natürlich ein weiter Weg. Ein weiter Weg. Und wir haben 19 Minuten. Das heißt, ich mache Schluss für heute. Gehe da hoch. Und wir sehen uns morgen dann oben wieder. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.